Hier, ne Blume, ne Blume! Ne Blume! Hier ist Safe Zone! Wollen wir uns den Zapling mitnehmen von dem Ding hier? Ein herzlich erfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Seek mit Nephias. War mich nicht an, hallo. Zwei Idioten in einer Glaskuppel, aktuell nicht. Aktuell nicht in der Glaskuppel? Aktuell unterwegs zum Swamp, das scharfe Safe. Hashtag das scharfe Safe. Ey, das Schaf war wirklich safe. Nur ich wusste nicht, dass das Schaf so stabil ist. Alter, wie viel Sand das hier gibt. Wir farmen da hinten den ganzen Scheiß ab. Ja, aber hier sind auch Schafe überall, weißt du? Das Schaf ist safe, das hier vorne. Zwei Schafe sind safe. Wenn man im Boot sitzt, hat man keinen Hungerbalken mehr. Nee. Kannst auch nichts essen. Verlierst schon mal nix. Wir brauchen zu Hause so Boote, wo wir uns reinsetzen. Wo wir uns immer reinsetzen. So Minecarts. Ja. Ich hab unten doch, glaub ich, eins abgebaut, oder? Hab ich nicht jetzt aus der Liga mitgebracht? Aber das kann man leider nicht einschmelzen. Ich glaube, wir müssen übers Land gehen langsam. Meinst du? 300 Meter noch. Wobei, vielleicht kommt hier gleich so eine Landzone. Oh, da wackelt schon ein Freund für dich, ey. Für mich? Nö. Das sind doch deine Hentai vorne. So. Das ist so scheiße. Oh, und rechts ist auch noch ein Dschungel. Guck mal. Boah, der Dschungel ist komplett lila, Alter. Das ist nur ein Leuchten. Das sich das so ausbreitet, obwohl man den Schank nicht geladen hat, Alter. Das spawnt, glaub ich, schon so in der Welt. Das muss so spawnen. Das ist ja... Guck mal, der Blau... Nein, der Blau ist Slime. Wir brauchen den Schleim. Oh, Hinder! Mach dein Boot nicht kaputt. Ja. Weg aus. Oh nein, mein Boot fährt weg. Egal. Er kommt zu uns. Er greift uns an. Ja, der Slime! Ganz viel Slime! Die Kuh! Au, ich hab noch Tendril in der Tasche gehabt. Die Kuh... Ah, die trauen sich nicht ins Wasser. Spass ist. Ich hab drei Slime aufgesammelt von mir. Droppt ja eh kein Leder. Ich weiß nicht. Droppt die Leder? Das wär dann bestimmt Tainted oder so. Tainted Leder, ey. Die heilt sich! Ja, die heilt sich auf dem Scheißzeug. Ne. So much power. Wo ist dein Boot? Dein Boot ist links. Direkt an der Küsse natürlich. Oh, wie viele Dings hier sind. Oh, mein Schwert ist broken. Warte. Hast du noch Stein dabei? Ja. Meins ist auch gleich kaputt. Da vorne ist noch ein heiliges Schwein. Ein heiliges? Ja, das... Ein le... Ein richtiges? Ein richtiges Schwein. Safe. Safe call. Jetzt tot. Ich hab's gesehen. Es ist ungefallen. Einfach gestorben. Ich glaub, das ist genau in der Mitte von dem Scheißding. Hm. Wobei, es ist ein Summ. Vielleicht kommen wir von hier hin. Nein. Da kommt gleich eine. Auf der Map seh ich so eine Landzunge, die reingeht. Da ist wieder ein lebendes Schwein. Jetzt tot. Ja, auf der Map ist sowas. Oh nein, mein Schiff ist kaputt gegangen. Oh nein. An alter Schwäche. Alter Schwäche? Das geht? Nee, du brauchst nicht. Ich hab noch ein zweites gebaut. Ich bin ja smart. Ah, hast du auch ein drittes gebaut? Nein. Ich hatte kein Holz mehr. Gehen die echt irgendwann kaputt? Warte, es ist jetzt wieder kaputt gegangen. Woran denn? Ich weiß es nicht. Jetzt hab ich keins mehr. Aber er war ja smart. Aber du hast doch ne Workbench. Ja, die hab ich. Stell die hin. Nein! Ich glaub, wir bauen noch mal schnell Holz ab. Warte mal. Au. 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 Das ist so unsexy. Das ist unglaublich. Da knarzt er sogar mit dem Stühl. Wicke, wicke, wicke. Oh, ich hab hier so einen riesen Baum, weißt du? Ich glaub, ich hab aber jetzt genug Holz mitgenommen. Wir müssen erstmal noch genug Bäume, äh, hier, Bode bauen. Machen wir so eine ganze Flotte. Wir bauen jetzt auch ein paar mehr. Ich spring erst mal ins Wasser, da bin ich safe. Eins, zwei, drei. Fünf hab ich mir jetzt gebaut. Findest du das nicht ein bisschen Overkill? Ach, das ist wieder Overkill. Er baut sich zehn. Weißt du? Ich hab mir zehn gebaut. Sollen wir die Dings nicht mitnehmen hier? Ach so, ja. Nimm mit. Ich mein, das mit den Tinkers Konzertwerkzeugen ist schon praktisch. Da kann man... Guck mal, hier schön die Landzunge rein. Swamp. Hier ist, hier ist, hier ist auch der Sumpf. Was soll ich dem Sumpf noch sagen? Da! Sugarcane! Sugarcane! Yay! Nimm's mal einfach mit. Es ist aber nicht mehr so grün, also... Egal, nimmst du einfach mit. Ich weiß ja nicht. Nimm mal mit. Es ist tatsächlich Sugarcane. Normales Sugarcane, obwohl es lila ist. Sugarcane. Pilze. Sollen wir auch Pilze mitnehmen? Können wir auch Pilze mitnehmen? Alle Pilze sind abgefallen, weil hier das Gu ist. Endgeil. Endgeil. Hier sind wieder Sugarcane. Dann kann ich mir Pilzsuppen machen, wenn ich gleich Hunger krieg. Mhm. Baust du grad Sand ab? Ah ne, ich bin das. So, wir haben ein paar Sugarcanes, die kann man ja immer noch vermehren. Ja, ich hab jetzt, also ich hab jetzt 14 Stück. Nice. Ist da drüben... Komm. Da drüben ist ein Haus. Das ist ein Hexenhaus wahrscheinlich. Ach, scheiße. Ach guck mal, dann ist der Punkt doch gut erreichbar mit dem Boot. Hm. Alles cool. Der letzte Punkt auch. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Hier, ne Blume! Ne Blume! Ne Blume! Hier ist, hier ist Safe Zone. Hier ist so ein... Wollen wir uns den Sapling mitnehmen von dem Ding hier? Guck mal, hier ist auch so ein Ding. Hier ist auch so ein Viereck zum Supply-Dingsen. Transporter-Beacon, kann man die aktivieren? Ja, wir können jetzt immer hier hinreisen. Dann lass den Baum stehen, endgeil. Die Blume auch mitnehmen? Und was mit der Blume da hinten? Sollen wir die mitnehmen? Sollen wir die mitnehmen hier? Ja, nimm die mit. Den Baum lassen wir dann stehen, wenn wir hier mal hinreisen können. Das heißt, wir müssen auch gleich nur hier hingehen. Okay, das ist nice. Warte mal. Ach, das ist der Scout-Punkt. Ach, deswegen. Ich claim mal den Reward. Ja, genau. Ab für den Scout-Punkt? Ja. Ach ja, du nimmst hier auf, genau. Das nächste wäre Jungle. Oder... Der Jungle wäre vorbeigefahren. Travel to Forest. Dann sind die Dinger ja echt voll gut. Welchen sollen wir machen? Willst du direkt zum nächsten? Ja, ne? Wir können jetzt nach Hause direkt, eigentlich. Wir könnten nach Hause... Wir könnten auch immer wieder hier hin, ne? Aber der Dschungel ist um die Ecke hier, ne? Wir können auch immer wieder hier hin, ja. Dann lass doch jetzt erstmal nach Hause die Taschen leer machen und dann fahren wir wieder hier hin. Also, travel wir wieder hin. Also, travel wir wieder hin. And cool. Oh, ich bugge. Auf welchem sollen wir denn? About the Judged, oder was? Äh, Bio-Dom-Gamma. Aber ich bugge hier grad rum. Warte mal, bevor du kommst. Ich bin da. Du bugst nicht? Dann bau mal bitte den Block unter mir ab. Noch einen. Danke. Endgeil. Ja, das ist cool. Den Sand. Warte, ich bau mal das Sugarcane an. Und die Blume, die kannst du jetzt irgendwo hinsetzen. Vor die Tür, oder so. Oder? Kann man die wieder irgendwo hinsetzen? Oh, geil. Boah, die hat ja voll die geile Animation. Oh. 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 Er steht. Vielleicht reinigt die das jetzt. Ja, es wird grün. Oh, cool. Oh, guck mal. Tatsächlich. And cool. Könnten wir die Kuppel quasi vergrößern. Ähm. Ja. Das fühlt sich jetzt schön an. Boah, wir kommen weiter in dem Projekt. Ja. Ja. So, warte mal. Ich baue das Sugarcane. Das baue ich mal hier an. Du hast ja einen, wir haben ja einen Eimer. Ja, ich habe das jetzt erstmal nur erweitert in die Richtung. Ja, das ist okay. Wir brauchen erstmal ja noch nicht so viel. Wir müssen, spielt ja eh erstmal ein gutes Feld machen, so ein ordentliches. Ja. Was hat denn die Folgenlänge? Acht Minuten, also können wir nochmal los. Ja, dann können wir ja nochmal. Oh. Holz mit. Wir haben ja heute eh früher angefangen, aber wir könnten halt auch nochmal eine Folge mehr machen sogar. Hast du denn jetzt... Ja, genau. Können wir gleich machen. Hast du Leder bekommen irgendwie? Nee, hab ich nicht leider. Aber Raw Beef haben wir jetzt. Warte mal. Wir haben Raw Beef, genau. Warum brätst du das denn schon? Nicht? Nee, machen wir nicht. Wir können daraus geilere Sachen kochen. Okay. Wenn wir noch ein paar Sachen haben, dann können wir die immer noch... Öh. Können wir jetzt immer noch braten, sollten wir das brauchen. Okay. Ich weiß nicht, wir müssen uns halt von Brot und Melonen irgendwie ernähren. Und Pilzsuppe kann ich machen. Stimmt, du kannst dann Pilzsuppe machen. Ja, nicht nur eine. Mach mal ein paar mehr. Ja. Aber das ist halt kacke, die stacken sich halt nicht, weißt? Das ist immer... In der Version nicht, oder was? Nee, gar keine. Doch, in der neuen Version stacken die sich doch. Aber halt auch nur 16 oder so. Ich hab jetzt zig Suppen im Inventar. Vielleicht stacken die sich in der Lunchbox. Das kann natürlich sein. Warte mal. Äh. Nee. Warte, ich tu sie hier rein. Aber die machen halt gut Essen, glaub ich, weg, ne? Ah, zwei. Ja, okay. Okay. Aber kann man mal welche mitnehmen, davon kann man ja halt essen. Potash, was ist denn Potash? Achso, das ist kein... Ich dachte, das wär Essen. So, und dann können wir hier auf den Biegen klicken und dann können wir Swarm Delta machen, ne? Genau. Ach guck mal, das Swarm wäre Delta gewesen. Und jetzt bug ich hier. Der erste, da rüber fliegt der Bug. Achso. Okay, warte, ich komm gleich. Muss nur meine Taschen nehmen lernen. Achso, du nimmst grad auf, warte, ich komm sofort. Ich hab's selbst gefixt. War schon da. Was? Hast du das Wachsgeräusch gerade gehört? Weil wächst die Blume immer erst, wenn man in der Nähe ist? Weißt du's nicht. Hab ich jetzt überhaupt ein Boot mit? Ja, hab ich. Okay. Hab ich Essen mit? Ja. Äh, warte mal. Sag mir mal die Koordinaten durch dann. Ja, warte. Ähm. Facebook. Äh, wo wolltest du hin? Jungle? Ja, mach mal. Ja. Also, Jungle ist relativ in der Nähe. 674. 674. 1523. 1523. 1523. 75. 75. Da hinten die Kuh. Alles klar. Du auch? Was? Ja, du musst ihn doch auch haben. Komm doch auch gleich. Ja, ich mach gleich. Ich hab mir das ... Es ist ja 573, war das, ne? Nee, 674. Okay, dann warte, ich schreib's mir doch auf. Also. Jungle. 674. Ja. 1523. 1523. 1523. Und der Rest war ... 77, ne? 77, genau. Ich komm jetzt auch zu dir. Ja, ich hab hier den ... Kuh gemacht und hab Leder bekommen. Einen. Nice. Den können wir in Safari jetzt machen. Aber nur als Single-Use. Ja, ein Single-Use. Aber wir können dann schon mal ein Tier holen. Wir brauchen zwei. Ja. Also, sobald wir zwei Tiere haben, geht's ab. Dann haben wir Essen. Aber wir bräuchten dann halt auch Schwein, Kuh und Schaf, ne? Damit wir immer unterschiedliches Fleisch haben. Ja, aber wenn wir erstmal Schweine haben, dann können wir das zum Kochen neu benutzen. Oder wenn wir erstmal Kühe haben. Da unten ist ein Wassertempel. Oh. Siehst du den? Hä, ist das normal? Das ist kein normaler Minecraft-Tempel, oder? Was? Ach, das ist ein anderes ... Guck mal, das ist ein ... Das ist das Ding unter Wasser. Wo wir gespawnt werden unter Wasser, glaub ich, oder? Nee. Da ist aber so ein Würfel drin. Ich seh nicht. Ist das ... Ist das der Towncraft? Siehst du das nicht unter dir? Genau unter dir ist ein Tempel. Ach, da. Das ist da, wo wir unter Wasser gespawnt werden, oder? Ja, aber nee. Ist das ein Towncraft-Altar da in der Mitte? Das kann ein Tempel sein. Ja, ist ein Tempel. Aber da ist ein Towncraft-Ding in der Mitte, oder? Da ist so ein Würfel. Ja, das ist einer. Alter. Den muss man sich holen. Markiere ich mir mal eben. Aber wie komme ich da runter, ohne zu ersaufen? Vielleicht gibt's ne Taucherausrüstung. Was wir jetzt hier alles finden, ey. Lass mal weiter. Chocolate Rain. Hier ist ein Huhn. Fangs ein. Da ist auch Kakao an den Bäumen, ne? Ja, da. Links wächst einer ganz viel. Haaa. Im Dschungel müssen wir, glaube ich, rein. Hier, 100 Meter ab hier. Wenn wir rennen, schaffen wir's. Aua. Okay, lauf. Aua. Lauf an den Tieren vorbei. Geht nicht. Wir müssen kämpfen. Lauf weiter. Hier ist ein sauberes Schwein noch. Wuhu. 50. Ah, ich häng immer. 30. Oh, ich seh schon. Oh, ich lebe. Oh, wie schön ist hier. Ach, geil. Die nehmen wir uns auch mit hier direkt. Unlock. Oh. Korrekt. Wie viele Blumen hier gespawnt sind. Was ist denn hier passiert? Warum ist denn da, warum ist denn da Flux? Ich weiß es nicht. Das ist uncool. Da ist Seuche. Mach mal weg. Ja. Ja, Fett. Ich werde jetzt erstmal den Reward claimen. Ja, mach mal. Guck mal, ob ich jetzt hier in der Nähe noch irgendwo Kakaobohnen auf die Schnelle sehe. Und was ist das hier? Biom? Dschungel ist das hier. Dschungel. Hätten wir auch im Dschungel spawnen können eigentlich? Nee. Oh, pass auf. Das Schwein hier rastet aus. Ich denke, das stirbt hier. Hier gibt es leider keine Blume, oder? Ich habe eine abgebaut. Da drüben ist Kakao. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Oh, mach das. Ja, ich seh ihn. Meinst du, das kriegen wir noch hin? Ja, kriegen wir noch hin. Ein bisschen Holz noch mitnehmen? Dann nehmen wir schnell Holz mit. Oh. Tainted Hunter. Zu stark. Alter. Oh, nee. Geh da nicht hin. Oh. Den kriegen wir. Nee, der nimmt keinen Schaden mit meinem Schwert. Fuck. Ich glaube, der kommt hier rüber. Sollen wir sonst rüber gehen? Schlafen und dann? Gehen nach Hause. Äh. Biodrome der Gamma. Ah, gut. Dass wir das abgebaut haben, ist gut. Ja. Legen wir uns mal hin und dann sehen wir uns morgen bei Nephias wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.